Mein Name ist Matthias Domes, ich bin Geschäftsführer der Domeba. Domeba ist Partner der Sykat EMS GmbH und Anbieter von Compliance Management Software unter der Marke Imansys. In Imansys ist es möglich unter anderem Prozesse und Dokumente aus Sykat zu schulen. Die Schnittstelle ist einfach umzusetzen, die Software leicht zu bedienen, die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Aufwand sinkt, die Qualität der Dokumentation steigt enorm und die vielen Vorteile, die damit verbunden sind, haben auch die Kunden klar erkannt. Das zeigen die vielen positiven Rückmeldungen aus dem Markt.